Hallo meine Freunde, herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Idee der Ideenfabrik, die hier am Brodeln und Produzieren ist. Diese Idee ist mir selber gekommen, als Clan-Leiter natürlich, als diese Funktion, die ich früher noch hatte. Das ist ein etwas älteres Screen. Die Idee ist es gewesen, eine Clan-Kasse einzuführen. Das heißt, in dieser Clan-Kasse können Ressourcen gesammelt werden. Die einzelnen User können spenden. Eventuell kann man auch noch eine kleine Steuer erheben, die so 1% vielleicht in der Woche beträgt von den Ressourcen, die man da hat. Aber ich glaube eher, das eigene Spenden ist dort vorteilhafter. Und zwar der Sinn dieser Clan-Kasse ist es halt, habe ich zumindest für mich schon mal ausgedacht, so ein kleiner Boost für die Ressourcensammler oder für die Truppen, für die Verteidigung. Also wirklich ein permanenter Vorteil, also muss man sich teuer freikaufen. Hat man allerdings dann einen permanenten kleinen Boost, zum Beispiel 5% mehr Produktion auf den Sammlern oder 10% mehr Schaden auf den Einheiten, 15% mehr Verteidigung oder HP für die Verteidigungsanlagen, wie auch immer. Auf jeden Fall so kleine Verbesserungen für die Gildenmitglieder oder das Dorf der Gildenmitglieder, äh der Clan-Mitglieder natürlich. Ähm, oder halt, auch wenn diese Funktion immer eigentlich in jedem Spiel total verhasst ist, äh eine Ausschüttung dieser Ressourcen an bestimmte User. Das heißt, einige Usern einfach mal ein bisschen was geben. Ja, es ist natürlich so die Vertrauensbasis, äh der Clan-Lieder macht dann alles für sich, nimmt alles für sich ein. Ja, deswegen, wie gesagt, diese Funktion ist meist verhasst, einfach weil halt so ein Missbrauch möglich ist. Aber ich finde so ein kleiner Boost oder sowas ähnliches für die Ressourcen, äh Sammler, Truppen, Verteidigung, wie auch immer, äh ziemlich genial. Und, ähm, ja, das ist so meine Idee gewesen mit der Clan-Kasse. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt aus irgendwelchen anderen Spielen. Ich habe sehr, sehr selten Spiele gesehen, wo es wirklich so eine Clan-Kasse gibt, wo man einzahlen kann und dann bestimmte Features, ähm, freigeschaltet bekommt, beziehungsweise geboostet bekommt. Also sehr, sehr selten sehe ich sowas und deswegen würde ich das hier sehr gerne begrüßen in Clash of Clans, wenn es sowas geben würde. Ähm, ja, das war meine Idee gewesen, meine lieben Freunde. Die Clan-Kasse, gerne mal eure Meinung dazu, Vor- und Nachteile, falls ihr da welche habt, falls ihr das aus anderen Spielen kennt, wie auch immer, alles drin in die Kommentare. Mein lieben Freund, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von der Ideenfabrik. Bis dann, ciao Leute!